Das Missverständnis. Eine Großstadtgeschichte? Vorwort. Juna Sim fühlt sich wohl in der Familie Schall. Doch plötzlich ändert sich alles. Misstrauen beherrscht den Alltag. Juna ist ratlos. Hat sie etwas falsch gemacht? Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind? Sebastian Schall. 28 Jahre. Bruder von Amelie. Er ist selten zu Hause. Antje Schall. 27 Jahre. Ehefrau von Sebastian. Sie hat einen Verdacht gegen Juna. Amelie Schall. 21 Jahre. Sie erzählt Juna von ihrem Freund. Juna ahnt nichts Gutes. Emma Schall. 1 Jahr. Tochter von Antje und Sebastian. Juna Sim. 20 Jahre. Liebt die deutsche Sprache und deutsche Märchen. Wie lange noch? Hans Glück. 25 Jahre. Unterrichtet Deutsch. Er überrascht Juna. Einstein. Lieblingschater von Amelie. Er spielt in dieser Geschichte keine Rolle. Orte der Handlung. Berlin und deutsche Märchenstraße. Zeit der Handlung. Juni bis September. Kapitel 1. Familienleben. Ich genieße die Zeit mit dir. Und unsere Tochter macht unser Glück vollkommen, sagt Sebastian Schall zu seiner Frau Antje. Er nimmt sie in die Arme. Ich werde alles versuchen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Das verspreche ich dir. Die einjährige Emma sitzt auf dem Fußboden im Wohnzimmer der geräumigen und sanierten Altbauwohnung am Chamisso-Platz. Sie spielt mit ihrer Lieblingspuppe. Was gibt's denn heute Leckeres zum Essen? Es riecht anders als sonst. Sebastian, geh ganz einfach in die Küche und frage Juna. Sie kocht heute. Das Essen soll eine Überraschung sein. Ich weiß nur so viel. Es gibt Spezialitäten aus ihrer Heimat. Juna deckt im Esszimmer den Tisch. Neben die Teller legt sie Stäbchen und Suppenlöffel. Das Essen ist fertig. Bitte nehmt Platz. Das junge Elternpaar setzt sich. Sebastian ist erstaunt. Messer und Gabel fehlen. Juna lächelt. Heute essen wir koreanisch. Es gibt keine Messer und keine Gabeln. Wir essen mit Stäbchen. Ich zeige euch, wie man das macht. Neugierig nimmt Sebastian die Stäbchen in die rechte Hand. Er versucht das zu tun, was auch Juna tut. Es gelingt ihm nicht, das Essen mit den Stäbchen zum Mund zu führen. Sebastian wird ungeduldig. Er schaut zu seiner Frau. Hast du das geübt? fragt er sie erstaunt. Antje hat keine großen Schwierigkeiten, mit den Stäbchen zu essen. Och, ich bekomme das nicht hin. Ich habe Hunger. Ich will eine Gabel. Juna lacht. Wie? Willst du so schnell aufgeben? Übung macht den... Den... Ähm... Ich komme jetzt nicht drauf. Übung macht den Chef. Sagt man das nicht so auf Deutsch? Nicht genau. Übung macht den Meister. So heißt es richtig, verbessert Sebastian. Gut, dass nächste Woche mein Deutschkurs beginnt, denkt Juna. Sie steht auf und holt eine Gabel. Juna Sim kommt aus Südkorea. Seit kurzem lebt die 20-Jährige als Au-pair bei Familie Schall. Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, sich um die einjährige Emma zu kümmern. Antje wollte nach der Geburt ihrer Tochter nicht ganz auf ihren Beruf verzichten. Sebastian ist während der Woche beruflich in ganz Deutschland unterwegs und fast nur am Wochenende in Berlin. Und so kamen beide auf die Idee, ein Au-pair-Mädchen zu engagieren. Kapitel 2 Kursbeginn Juna folgt den Wegweisern in der Universität. Mit Schwierigkeiten findet sie den Block 3, Raum C122. Es ist 15.50 Uhr. Der Kurs beginnt um 16 Uhr. Im Kursraum befinden sich schon einige Teilnehmer. Keine Angst! Kommen Sie rein! Sie müssen Juna sein! Sie sind Koreanerin, richtig? Ja, sagt Juna überrascht. Sie hat nicht erwartet, von einer fremden Person mit ihrem Vornamen angesprochen zu werden. Der Kursleiter macht ein Häkchen hinter ihren Namen in der Anwesenheitsliste. Sie sind die einzige Studentin aus Korea. Hier! Nehmen Sie! Jeder von uns trägt ein Namensschild. So kommen wir besser in Kontakt. Juna setzt sich zu den anderen Studenten. Ich begrüße Sie alle herzlich in dem Sprachkurs. Ich heiße Stefan und werde für die nächsten Monate Ihr Kursleiter sein. Am Ende des Kurses haben Sie die Möglichkeit, die deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber zu absolvieren. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Sie wird bestimmt interessant. Acht verschiedene Nationalitäten sind in diesem Kurs vertreten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. So, das war meine Vorrede. Jetzt stellen Sie sich bitte vor. Als Juna anfängt zu reden, ist sie ganz ruhig. Ich heiße Juna. Ich komme aus Seoul. Ich habe noch einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester. Ich möchte Germanistik studieren. Ich interessiere mich besonders für deutsche Märchen. Der Kursleiter unterbricht sie. Das passt ja gut. Wir wandern auf der deutschen Märchenstraße. Aber entschuldigen Sie. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Juna redet weiter. Als sie mit ihrer Vorstellung fertig ist, klatschen alle Teilnehmer. Das wird nach jedem Vortrag gemacht. Juna ist zufrieden. Die Unterrichtsstunden vergehen wie im Fluge. Am Ausgang trifft Juna auf Amelie. Sie ist die jüngere Schwester von Sebastian. Das ist ja eine schöne Überraschung. Bist du gekommen, um mich abzuholen? Ja, nein, doch, antwortet Amelie verlegen. Nach einer kleinen Pause sagt sie, ich habe mich mit meinem Freund getroffen. Er arbeitet an der Uni. Juna ist neugierig. Sie fragt nach. Seht ihr euch oft? Nicht oft genug. Wir sehen uns immer nur am Wochenende. Er hat in den Semesterferien im Sommer viel Arbeit. Besonders jetzt, da er eine Exkursion über die deutsche Märchenstraße vorbereitet. Und weißt du, mein Freund interessiert sich besonders für das Lebenswerk der Brüder Grimm, für die Märchen, die sie gesammelt haben. Ich hätte es natürlich lieber, wenn er mehr Zeit für mich hätte. Aber ich rede die ganze Zeit über mich. Komm, ich begleite dich nach Hause. Und? Wie waren die ersten Unterrichtsstunden? Alle waren sehr nett. Besonders der Kursleiter. Er ist wirklich süß. Ich glaube, ich werde viel lernen. Amelie lächelt. Beide verlassen gut gelaunt das Universitätsgelände. Kapitel 3 Heimweh Juna, deck bitte den Tisch ab und mach die Küche sauber. Sebastian und ich wollen mit unserer Tochter spazieren gehen. Natürlich. Viel Vergnügen. Juna genießt die Zeit allein in der Wohnung. Sie kommt zur Ruhe. Als sie durch den Flur geht, sieht sie in den Spiegel. Sie bleibt stehen und betrachtet sich kurz. Ich habe zugenommen, denkt sie. Das liegt bestimmt am deutschen Essen. Ich versuche in Zukunft mehr Koreanisch zu kochen. Sie streicht ihre langen schwarzen Haare zurück. Sie liegen glatt über ihren Schultern. Ihre Augenbrauen sehen wie gemalt aus. Juna sieht sich im Spiegel so wieder, wie sie sich zur Zeit fühlt. Sie sieht richtig gut. Sie denkt an ihren Freund, den sie ein halbes Jahr vor ihrer Abreise nach Deutschland kennengelernt hat. Juna war kurz davor, den Aufenthalt in Deutschland abzusagen. Aber ihr Freund hat ihr versprochen, auf sie zu warten. Sie denkt an ihre Familie, Freundinnen und Bekannte, die sie zurückgelassen hat. Hoffentlich gibt es keine Probleme, sagt sie laut. Hoffentlich passieren keine Katastrophen. Juna ist abergläubisch. Und plötzlich, ganz plötzlich wird sie traurig. Tränen laufen über ihre Wangen. Sie wischt sie weg und macht sich an die Arbeit. Die junge Familie kommt von dem Spaziergang zurück. Es ist Zeit für Emmas Mittagsschlaf. Im Kinderzimmer zieht Anchi ihre Tochter aus. Juna hilft ihr dabei. Emma liegt auf dem Rücken und versucht, Junas Hände zu fassen. Dabei strampelt sie kräftig. Anchi zieht einen Ring von ihrer linken Hand und legt ihn auf den Wickeltisch. Emma greift danach. Bevor sie ihn zu fassen bekommt, nimmt Juna den Ring. Sie hält ihn vor ihre Augen. Der ist besonders schön, sagt Juna bewundernd. Ja, das stimmt. Er ist ein wertvolles Erbstück von meiner Großmutter. Und meine Großmutter hat ihn von ihrer Großmutter. Er ist schon seit Generationen im Besitz unserer Familie. Es ist mein Lieblingsring. Er hat eine große Bedeutung für mich. Juna will sich den Ring anstecken, um ihn zu fühlen. Bitte nicht, Juna. Bitte lege den Ring sofort wieder auf den Tisch. Ich möchte nicht, dass irgendjemand außer mir diesen Ring anfasst. Das bringt Unglück. Juna ist über die Härte des Tons ihrer Gastmutter erschrocken und verwundert zugleich. Schnell legt sie das teure Erbstück auf den Wickeltisch zurück. So, und jetzt lesen wir meiner Tochter eine Geschichte vor. Ich hole das Buch aus dem Wohnzimmer. Nach zehn Minuten schläft Emma ein. Wie immer. Kapitel 4 Zweifel Es klingelt. Juna geht zur Tür. Amelie ist gekommen. Juna, was hast du auf dem Herzen? Am Telefon klang deine Stimme so traurig. Ach, Amelie, seufzt Juna. Ich bin hier nicht mehr glücklich. Wenn Emma nicht wäre, wäre ich schon in meine Heimat zurückgekehrt. Antje verhält sich anders zu mir als am Anfang meines Aufenthaltes. Wie macht sich das bemerkbar? Schränke und Schubladen sind verschlossen. Letzte Woche waren sie noch offen. Noch vor einer Woche konnte ich ohne Quittung einkaufen. Jetzt muss ich für jede Kleinigkeit eine Quittung vorzeigen und genau nachweisen, wo ich das Geld ausgegeben habe. Wenn Antje mit mir spricht, sieht sie mich nicht an. Ich halte das nicht mehr lange aus. Und ausgerechnet jetzt habe ich auch noch mein Handy verloren. Ich habe Angst, es Antje zu sagen. Es war ein Willkommensgeschenk von ihr. Ich denke ständig darüber nach, was ich falsch gemacht habe. Ich finde keinen Grund. Juna hört auf zu sprechen. Wenn du willst, rede ich mit Antje. Vielleicht hilft das Gespräch weiter. Bitte mach das. Juna sieht auf ihre Uhr. Jetzt muss ich mich beeilen. In zwei Stunden kommt Antje zurück. Bis dahin muss die Wäsche fertig sein. Danke, Amelie, dass du mir zugehört hast. Ich habe sonst niemanden, mit dem ich reden kann. Amelie telefoniert mit Antje, ihrer Schwägerin. Antje, was ist los? Juna ist todunglücklich. Hat sie etwas falsch gemacht? Sie würde am liebsten in ihre Heimat zurückkehren. Folgendes ist passiert. Wir haben Emma zusammen gewaschen und gewickelt. Ich habe meinen Ring, du kennst ihn, auf den Wickeltisch gelegt. Als ich ihn wieder anstecken wollte, war er weg. Stell dir vor. Du glaubst doch nicht etwa, dass Juna, außer uns beiden und dem Kind, war niemand im Zimmer. Amelie ist sprachlos. Nein, denkt sie. Das kann nicht sein. Es muss eine andere Erklärung für das Verschwinden des Ringes geben. Kapitel 5 Hoffnung Das Telefon klingelt. Juna nimmt schnell den Hörer ab. Bei Schall? Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich habe nur eine Frage. Worum geht es? fragt Juna mit unsicherer Stimme. Ich habe ein Handy gefunden, auf dem die Nummer gespeichert ist, die ich eben angerufen habe. Ein dunkelblaues Handy? Ja, genau. Gehört es Ihnen? Ja, ich vermisse mein Handy. Ich weiß nicht, wo ich es verloren habe. Ich brauche es wieder. So schnell wie möglich. Wo haben Sie es gefunden? In der Cafeteria in der Uni. Ach, Sie wissen gar nicht, wie froh ich bin. Kann ich es bei Ihnen abholen? Heute Nachmittag? Ich brauche es dringend. Klar geht das. Wenn Sie genauso schön sind, wie Ihre Stimme klingt, bin ich jetzt schon sehr gespannt und warte mit großer Ungeduld auf den Nachmittag. Wann und wo treffen wir uns? In der Cafeteria. Ich bin gegen 15.30 Uhr da. Ich nehme an einem Sprachkurs teil, der um 16 Uhr beginnt. In Ordnung. Wie erkenne ich Sie? Sie erkennen mich leicht. Ich bin aus Südkorea. Ja, so viele Koreanerinnen gibt es hier nicht. Bis nachher. Juna geht die Arbeit jetzt leichter von der Hand. Sie versorgt das Kind und wartet darauf, dass sie die Wohnung verlassen kann. Kurz nach drei ist sie in der Cafeteria. Sie schaut sich um. Wer könnte der Unbekannte sein? Der große Blonde mit den langen Haaren? Der Typ mit dem Fahrradhelm unter dem Arm? Wie sieht der Finder des Handys aus? Er hat auf jeden Fall eine kräftige und ausdrucksstarke warme Stimme. Juna holt ein Glas Wasser. Sie nimmt an einem Tisch Platz. Sie bleibt allein. Niemand setzt sich zu ihr und redet mit ihr. Sie schaut auf die große Uhr in der Cafeteria. Unerbittlich rücken die Zeiger auf 16 Uhr. Juna steht auf. Traurig und auch enttäuscht. Nach dem Unterricht geht sie nach Hause. Juna, da war ein seltsamer Anruf für dich, sagt Antje. Du hast dein Handy verloren. Warum hast du uns das nicht gesagt? Du musst uns das sagen. Juna schaut zu Boden. Entschuldigung. Du sollst es morgen abholen. Ein gewisser Hans hat dein Handy gefunden. Er hatte heute keine Zeit. Aber morgen früh ist er in der Uni. Darf ich ausnahmsweise vormittags zur Uni gehen, um das Handy zu holen? Nein. Antje blickt an Juna vorbei. Du musst vormittags im Haus bleiben. Ich habe ihm gesagt, er soll dich wieder anrufen. Kapitel 6 Begegnung Juna geht in ihr Zimmer. Sie schaut in ihre Mails. Keine Nachricht. Weder die Familie noch Freunde haben geschrieben. Haben mich alle vergessen? Sie ist deprimiert. Juna geht ins Bett. Sie hat einen unruhigen Schlaf. Der Wecker klingelt pünktlich um 6 Uhr. Sie steht auf, wäscht sich und bereitet das Frühstück vor. Vergiss nicht, heute Morgen die Schuhe zum Schuster zu bringen und die Kleidung aus der Reinigung zu holen. Geh anschließend mit Emma an die frische Luft. Ich versuche gegen 13 Uhr zurück zu sein. Es kann aber später werden. Juna nimmt stumm die Wünsche der Gastmutter entgegen. Sie räumt das Geschirr weg und stellt die Geschirrspülmaschine an. Dann wäscht sie die Wäsche. Anschließend kümmert sie sich um Emma. Wieder sitzt Juna in der Cafeteria. Es ist besonders heiß an diesem Nachmittag. Juna tupft mit einem Taschentuch aus Seide Schweißtropfen von ihrer Stirn. In kleinen Schlucken trinkt sie Wasser aus ihrem Glas. Mit einem Fächer verschafft sie sich frische Luft. Heute warte ich nicht so lange wie das letzte Mal. Höchstens 10 Minuten, sagt sich Juna. Sie blickt um sich. Sie sieht einen Mann. Der bleibt einen kurzen Augenblick in der Eingangstür der Cafeteria stehen. Er sieht nach rechts und links und betritt dann die Cafeteria. Er nähert sich langsam dem Tisch, an dem Juna sitzt. Juna hat Zeit, ihn anzusehen. Er ist nicht sehr viel größer als sie selbst. 1,75 Meter vielleicht. Er ist etwa 25 Jahre alt. Seine Augen sind grün. Er hat kurzes, volles, dunkelblondes Haar. Er trägt eine helle Jeans und ein kurzärmliches, farbiges Hemd. Das Hemd trägt er über der Hose. Die Oberarme verraten, dass er Sport treibt. Der Mann hält ein Handy in seiner Hand und eine Rose. Er bleibt vor Juna stehen. Beide schauen sich in die Augen. Vor Aufregung verschüttet Juna ihr Wasser. Ich bin Hans. Die Rose ist für dich. Tut mir leid wegen der verpassten Verabredung gestern. Ich musste einen Kollegen vertreten. Darf ich? Ohne eine Antwort abzuwarten, nimmt Hans neben Juna Platz. Ich hab dich doch schon gesehen. Ja, jetzt fällt es mir ein. Du bist in meinem Parallelkurs. Du lernst Deutsch. Ist es nicht so? Juna nickt. Die beiden verstehen sich sofort und die Zeit vergeht schnell. Juna sieht auf die große Uhr in der Cafeteria. Ich muss jetzt in den Kurs. Heute spreche ich über meine Heimat. Ich möchte pünktlich da sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Montag habe ich Zeit. Passt dir 15 Uhr? Gib mir deine Adresse. Deine Handynummer habe ich ja schon. Juna schreibt ihre Adresse auf einen Zettel. Hans verabschiedet sich mit einem herzlichen Händedruck. Juna verlässt die Cafeteria, ohne sich umzudrehen. Sie hört ihr Herz klopfen. Kapitel 7 Berührung Juna wartet vor dem Haus auf Hans. Er wollte sie nicht in der Wohnung von Familie Schall abholen. Pünktlich um 15 Uhr steht er vor ihr. Die Begrüßung ist herzlich. Schön, dass wir heute ein paar Stunden miteinander verbringen können. Wir werden Berlin erkunden. Du machst mich neugierig. Wohin gehen wir? Das wirst du schon sehen. Es hat mit der Exkursion zu tun. Es ist eine kleine Vorbereitung darauf, sagt Hans geheimnisvoll. Eine Stunde später stehen beide vor einem großen Tor, das von grünen Pflanzen fast verdeckt wird. Weißt du, was sich hinter dem Tor verbirgt? Fragt Hans. Nein. Keine Ahnung. Der alte St. Matthäus Kirchhof. Kirchhof? Ich verstehe nicht. Was soll das sein? Kirchhof ist ein anderes Wort für Friedhof. Das ist der Ort, wo Menschen begraben sind. Was machen wir auf einem Friedhof? Ich möchte dir Grabstätten von berühmten Deutschen zeigen. Zwei berühmte Deutsche interessieren dich besonders. Wer? Mach es nicht so spannend. Das sage ich dir nachher. Komm. Durch einen schmalen Eingang gelangen sie auf den Friedhof. Guck mal, Juna. Das ist in Deutschland einmalig. Ein Café, das auf dem Friedhof in unmittelbarer Nähe von Gräbern steht. Der Kuchen soll übrigens gut sein. Langsam gehen Juna und Hans über den Friedhof. Manchmal bleiben sie stehen und Hans erzählt. Auf diesem Friedhof liegen berühmte Komponisten und Sänger wie Max Bruch und Rio Reiser. Schau hier. So große Grabsteine gibt es auf anderen Friedhöfen nicht. Das Handy von Hans summt. Er nimmt es aus seiner Jackentasche und zieht auf das Display. Bitte entschuldige, Juna, sagt Hans verlegen und geht ein paar Schritte beiseite. Juna weiß nicht, mit wem er spricht. Nein, ich habe unsere Verabredung nicht vergessen. Entschuldige, das kann ich jetzt nicht erklären. Aber nein, ich bin allein. Natürlich. Ich dich auch. Hans steckt das Handy in seine Tasche zurück. Juna, jetzt kommt der Höhepunkt unseres Friedhofsbesuchs. Hans führt Juna zu einer Stelle mit vier großen schwarzen Grabsteinen. Sie ist ganz still geworden. Ihre rechte Hand hält die Hand von Hans. Juna spürt einen leichten Druck. Endlich, denkt sie. Es ist unsere erste wirkliche Berührung. Hans holt sie in die Wirklichkeit zurück. Da. Da stehen die Grabsteine von Wilhelm und Jakob Grimm. Mit ihrer Märchensammlung haben sie Weltruhm erlangt. Und du hast das Glück, bald ihren Märchenspuren zu folgen. Ich wollte, dass du weißt, wo die Brüder Grimm begraben sind. Das wissen nämlich die wenigsten Deutschen. Weißt du, ich beschäftige mich seit Jahren mit den Grimms und den Bedeutungen ihrer Märchen. Wie schön, dass du dich auch für Märchen begeisterst. Bevor sie den Friedhof verlassen, trinken sie im Friedhofscafé Finovo ein Glas Tee und Juna probiert vom Haus gemachten Kuchen. Juna, ich habe noch eine Überraschung für dich. Ich werde auf der Exkursion nächste Woche dabei sein. Ich habe sie nämlich vorbereitet. Für einen kurzen Augenblick denkt Juna an die Schwester von Sebastian. Nein, sie will den Gedanken nicht zu Ende denken. Hans bringt Juna nach Hause. Vor dem Haus verabschiedet sich Hans von Juna. Er umarmt sie und küsst sie auf die Stirn. Für Juna steht für einen Moment die Welt still. Kapitel 8 Mut Juna liest Emma eine Geschichte vor. Antje sitzt daneben und hört zu. Nach 10 Minuten schläft Emma ein. Juna geht in ihr Zimmer. Sie packt ihren Rucksack für die fünftägige Exkursion, die morgen beginnt. Antje kommt in ihr Zimmer. Danke, Juna. Du kümmerst dich wirklich sehr lieb um Emma. Sie mag dich. Das ist sehr freundlich von dir, dass du mir das sagst. Ja, ich mag Emma auch sehr gern, aber... Juna zögert. Was aber? fragt Antje erstaunt. Möchtest du mir noch etwas sagen? Juna nimmt ihren ganzen Mut zusammen. Als ich hier angefangen habe, habe ich mich richtig wohl gefühlt. Ich hatte mal Heimweh, aber das ist bestimmt normal. Ich war richtig zufrieden. Es gab keine Geheimnisse zwischen uns. Seit einigen Wochen fühle ich mich kontrolliert. Schubladen und Schränke sind verschlossen. Ich muss Quittungen vorlegen, auch für sehr kleine Beträge. Du siehst manchmal einfach an mir vorbei. Das macht mich fertig. Antje, habe ich irgendetwas falsch gemacht? Glaubst du, dass ich euch betrügen will? Sag mir ganz offen, wenn ihr mich nicht mehr bei euch haben wollt. Die Stimme von Juna ist immer leiser geworden. Sie kämpft mit den Tränen. Erinnerst du dich noch an den Tag? fragt Antje. An welchen Tag? Wir haben zusammen Emma gewickelt, sie ins Bett gebracht und ihr eine Geschichte vorgelesen. Ja, und? An diesem Tag hast du meinen Ring bewundert. Ich sagte dir, dass der Ring ein wertvolles Erbstück meiner Großmutter sei. Ich verstehe noch immer nicht, sagt Juna, die sich etwas beruhigt hat. Ich habe den Ring auf den Wickeltisch gelegt und... Antje wird durch das Schreien von Emma unterbrochen. Sie steht sofort auf und eilt in das Kinderzimmer. Wir reden später weiter, ruft Antje Juna zu. Juna bleibt ratlos zurück. Was hat der Ring mit ihr zu tun? Kapitel 9 Angst Juna genießt die Exkursion. Sie kann sich jetzt viel besser in die Märchenwelt der Brüder Grimm hineinversetzen. Juna bleibt stehen und atmet tief durch. Sie nimmt Erde in ihre Hand und riecht daran. Diesen Geruch will ich für immer im Gedächtnis behalten, denkt Juna. Sie blickt um sich. Sie kann sich gar nicht satt sehen an den hohen Bäumen. Nur die obersten Spitzen bewegen sich ein wenig im Wind. Die letzten rötlichen Wolken verschwinden. Der Vollmond steigt auf. Über sich hört sie ein Flugzeug. Das Geräusch wird leiser. Es ist eine friedliche Stille. Ja, sagt Juna zu sich selbst. So habe ich mir den Wald vorgestellt. Genau so wie im Märchen. Wind kommt auf. Es ist kühler geworden. Wolken haben sich vor den Mond geschoben. Die Nacht ist schwarz. Die Märchen Rotkäppchen und Hänsel und Gretel kommen Juna in den Sinn. Warum denke ich jetzt ausgerechnet an diese beiden Märchen? Was hat das zu bedeuten? Juna dreht sich um. Sie traut ihren Augen nicht. Sie ist allein. Mutter Seelen allein. Sie ruft laut in den Wald hinein. Stille. Keine Antwort. Juna versucht ruhig zu bleiben. Sie nimmt ihr Handy und wählt die Nummer von Hans. Nichts. Juna wird unsicher. Der Wind nimmt zu. Juna sucht im Rucksack nach ihrer Taschenlampe. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe sie zu Hause liegen lassen. Wieder ruft sie in den Wald hinein. Wieder und immer wieder. Ohne Erfolg. Ihr Herz rast. Sie will um Hilfe schreien, aber sie bekommt keinen Ton heraus. Juna ist wie gelähmt. Sie ist nicht mehr fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie hat nur noch Angst. Nackte Angst. Juna ist in Panik. Sie beginnt zu laufen. Sie läuft um ihr Leben. Ihre Kräfte verlassen sie. Sie stolpert und fällt auf den Boden. Kälte steigt in ihr hoch. Sie weiß nicht, wie lange sie auf der feuchten Erde liegt. Sie will sich festhalten. Sie greift ins Leere. Vor ihr ist ein Abgrund. Ganz weit unten sieht sie ein Licht. Juna folgt dem Licht. Und plötzlich steht sie vor einer Holzhütte. Kapitel 10 Verzweiflung Bitte, ich muss sofort telefonieren. Ich habe mich verlaufen. Bitte, wo ist das Telefon? Langsam öffnet sich die Tür. Eine alte Frau mit einer langen Nase und einem großen schwarzen Hut schaut vorsichtig aus der Tür. Sie stützt sich auf einen Stock. Ihr Rücken ist gebeugt. Sie sieht Juna an und sagt mit ihrem fast zahnlosen Mund, Komm herein. Ich habe dich erwartet. Bitte, ich muss telefonieren. Ich habe mich verlaufen. Bitte, wo ist das Telefon? Komm, sagt die alte Frau. Du hast doch Hunger und Durst. Und du frierst. Komm, setz dich an das Feuer. Wärme dich. Der kleine niedrige Raum wird von dem Feuer im Kamin und von einer Kerze erleuchtet. Knoblauch und viele andere Gewürze hängen an Holzbalken. Auf einem kleinen Tisch liegen verschiedene Beeren. In einer Ecke stehen Eimer und Besen. Bitte, bitte, wo ist das Telefon? Angst hat wieder Besitz von Juna ergriffen. Plötzlich steht die alte Frau vor Juna. Sie sieht auf einmal viel größer aus. Sie hält Juna einen Becher mit dampfender Flüssigkeit entgegen und sagt ihr mit drohender Stimme, Trink das sofort aus, sonst... Nein, ich will nicht! Juna wehrt sich und schlägt um sich. Sie schreit ihre ganze Verzweiflung heraus. Juna spürt Schläge im Gesicht. Hallo, Juna! Hörst du mich? Juna, wach auf, bitte! Wie von Weitem hört Juna eine vertraute Stimme. Allmählich kommt sie zu sich. Sie öffnet die Augen und sieht Hans vor sich. Wo... wo bin ich? Was ist passiert? fragt Juna mit kaum hörbarer Stimme. Juna, du bist bei mir, bei Hans. Hans, du warst ohnmächtig und hast fantasiert. Jetzt bist du in Sicherheit. Vorsichtig hilft Hans Juna beim Aufstehen. Komm, Juna. Unsere Jugendherberge ist gleich hinter dem alten Haus. Aber... Aber... stammelt Juna. Da war ich doch gerade. Ich habe mit einer Frau gesprochen. Juna, du hast geträumt. Das Haus steht leer. Es hat weder Strom noch Wasser. Die alte Frau, die dort wohnte, ist seit Jahren verschwunden. Das Haus ist leer. Wirklich. Als Juna in der Jugendherberge ankommt, wird sie von allen herzlich begrüßt. Alle umarmen sie und sind erleichtert, dass sie wieder da ist. Juna fragt sich noch immer, was geschehen ist. Und wenn ich mich auch in Hans geirrt habe? Ist er wirklich Amelies Freund? Juna kommt nicht zur Ruhe. Kapitel 11 Geständnisse Juna sitzt in ihrem Zimmer. Sie bereitet sich auf den Deutschkurs vor. Es fällt ihr schwer, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren. In Gedanken ist sie immer noch auf der Exkursion. Sie weiß selbst nicht genau, was Traum und was Wirklichkeit war. Und sie denkt an das Gespräch mit Hans nach der Exkursion. Juna, ich mag dich sehr. Die Zeit mit dir werde ich nicht vergessen. Ich empfinde für dich mehr als nur Sympathie. Das hast du gespürt. Und ich habe gemerkt, dass du für mich mehr als nur Zuneigung empfunden hast. Du musst aber wissen, dass ich seit einem Jahr eine Freundin habe. Du kennst sie. Es ist Amelie. Bitte entschuldige, wenn ich dir wehgetan habe und wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Das wollte ich nicht. Juna, lass uns Freunde bleiben. Wenn du Probleme hast, bin ich immer für dich da. Nein! Ein Schrei reißt Juna aus ihren Gedanken. Der Schrei kommt aus dem Kinderzimmer. Juna läuft sofort dorthin. Antje steht da. Der Ring! Der Ring! Der Ring! Sagt sie und hält Juna eine Puppe entgegen. Was ist passiert? Der Ring! Ich habe ihn in Emmas Lieblingspuppe gefunden. Oh Juna! Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Sie streckt Juna ihre Hände entgegen. Juna, es tut mir so leid. Ich habe geglaubt, dass du... Antje hört auf zu sprechen. Sie umarmt Juna. Bitte verzeih mir. Ich habe gedacht, dass du... Dass ich den Ring genommen habe? Ja! Juna fällt es wie Schuppen von den Augen. Endlich versteht sie die verschlossenen Schubladen und Schränke und das Misstrauen ihr gegenüber. Emma hat den Ring genommen, als sie auf dem Wickeltisch lag. Und sie hat ihn in ihre Puppe gesteckt. Wie konnte ich nur denken, dass du... Verzeih mir bitte! Nachdenklich geht Juna in ihr Zimmer zurück. Der Ring ist wieder da. Doch Juna ist nicht wirklich glücklich. Kapitel 12 Erschrecken Ihr wart doch auf dem Hohen Meißner! Da ist was Schlimmes passiert! Hier! Steht alles in dem Artikel. Antje gibt Juna die Zeitung. Drama in einer einsamen Hütte auf dem Hohen Meißner. Polizei steht vor einem Rätsel. Am 27. August wurde in den Nachmittagsstunden in einer Holzhütte die Leiche einer jungen Frau gefunden. Ein Hund hatte sich von der Leine seines Besitzers gerissen und ist direkt auf das kleine Haus zugelaufen. Er blieb vor dem Haus sitzen und bellte so lange und so stark, bis sich sein Besitzer Zugang in das Häuschen verschaffte. Der Spaziergänger fand die Tote auf einem Stuhl. Er alarmierte sofort die Polizei. Er erlitt einen Schock. Die Besitzerin der Hütte, Frau H., lebt seit 70 Jahren allein in der Hütte und gilt als sonderbar. Sie hat längere Zeit in der Psychiatrie verbracht. Frau H. ist spurlos verschwunden. Die Polizei fahndet nach ihr. Spaziergänger und Wanderer werden um erhöhte Aufmerksamkeit in dem Waldgebiet gebeten. Die Obduktion hat ergeben, dass die Unbekannte vergiftet wurde. Die Polizei kann noch keine Angaben über den genauen Todeszeitpunkt oder ein mögliches Motiv machen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der unbekannten Toten. Sie ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und 1,68 Meter groß. Fotos der Leiche sind im Internet zu sehen. Spaziergänger, die am 26. bzw. 27. August in der betreffenden Gegend unterwegs waren, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Juna wird weiß im Gesicht. Sie hat nicht geträumt. Oder doch? Sie wird in ihren Gedanken durch das Summen ihres Handys unterbrochen. Ich bin es, Amelie. Hans und ich laden dich heute Abend zum Essen ein. Es kommt noch jemand, der dich unbedingt kennenlernen möchte. Hast du Zeit und Lust? Juna überlegt einen Augenblick. Ja, gerne. Ich möchte die letzten Tage vergessen und neu beginnen. Was meinst du damit, Juna? Muss ich mir Sorgen um dich machen? fragt Amelie. Lass uns nachher darüber sprechen. Bis dann. Juna steckt das Handy in ihre Tasche. Das Abenteuer Deutschland geht weiter.